Also, ich traue euch jetzt nicht mehr in den Wald. Wieso? Fabi hat mir erzählt, der Hund seines Freundes wurde von einem Baum gefressen. Von einem Baum? Ja, von einer Fichte. Wahrscheinlich gedacht er dafür, dass sie angepiest hat. Ja, genau wie ich mir gedacht habe. Er hatte einen Bären aufgefressen. So, das heißt, du kippst lebt noch? Ja, du kippst lebt noch. Verdammt, ich hasse diesen Köter. Das nächste Mal, wenn er mir ans Bein pisst, fresse ich ihn auf. Hm, Hautdruck. Ach ja, hast du schon gehört, dass Akta jetzt so umgeschrieben wurde, dass jeder, der das Internet benutzt, ein gratis Hautdruck zu sich bekommt? Du weißt, was das bedeutet, oder? Ähm, hast du mit mir geredet? Sprich mal zu Bettel. Du gehst mir auf die Idee, dass du mir nie zuhörst. No, nicht nur, wie bei mir geht das. Nein! 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 Hallo? Hallo? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, verdammt! Ins neuen Kasselschauen funktioniert einfach jedes Mal! Und mein nächster Zug wird dich vom Sessel haben! Du bist so leicht zu durchschauen! Von wegen! Ah! Ah! Und du bist so dumm wie Brot! Ha! Das wollen wir ja mal sehen! So! 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 Es wird Zeit dich aufs Ohr zu hauen! So! 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 Ah! So! 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 Das reicht! Jetzt reicht's! Für dich wird es langsam Zeit, Feuer und Flamme zu werden. Was? Bist du doch ganz bei Trost? Was wird jetzt, wenn es fertig ist? Feuer und Flamme. Fuxi reden irgendwie nicht. Waffenstiefstand? Waffenstiefstand. Verdammt! Waffenstiefstand? Ja, das ist jetzt. Das ist deinem Moment … Was hat das? Das war's.